Wir machen das jetzt so, Lara hat gerade das Tutorial gespielt, aber irgendwie, das war halt sehr, sie hat es halt vorher noch nie gespielt und sie kennt es auch nicht, aber sie findet es ganz cool, sie guckt jetzt bei mir ein bisschen zu. Okay. Ja, weil ich will ja auch spielen. Und ich nehme dann nachher einfach, wenn du nicht mehr möchtest, dann spiele ich mit ihr nochmal eine Runde. So, deine Mom will mitmachen. Ja. Ja, alles klar. Gut, ähm, ich, die startet gerade Laptop, ne, nehme ich an. Also, sie war gerade, ich weiß, die drinne, als ich ihr das Code-Dings-Relief habe. Ja, ich kann nachgucken, warte. Äh, ja, Spiel läuft bei ihr, sie ist drin. Ja. Ja, ich hatte, ich hatte vergessen, in Discord zu gucken, es tut mir leid, ich, habe ich verpeilt. Ja, alles gut. Ich dachte erst, du spielst eine Runde Solo. Ja, vergiss nicht abzuschließen. Lena ist schon da, ich hatte vergessen, in Discord zu gucken. Oh. Aufnahme läuft, aber ich schneide das raus, ist in Ordnung. Ich schneide das immer raus. Ich schneide, du brauchst dir keine Kapuze auftun. Ich schneide das raus, das ist langweilig. Wasserkocher. Ja, nimm den Wasserkocher. Ja, natürlich, weiß ich nicht. Musst du gucken. Aua. Oh. Ne. Nein, ich glaube nicht, dass der gekocht ist. Koch lieber nochmal. Weil sonst ist da Kalk drin. Ja, ich schneide das eh am Anfang alles raus. Immer, ich markier mir das sogar. Nein. Guck mal, wie das sieht aus, als hätte ich so ein schwarzes Loch neben mir. Jetzt pflanz dich. Und du spuckst die ganze Zeit. Darf ich dir das mal sagen? Du hast eine feuchte Aussprache. Hallo? Ich bin halt durchgeknallt. Ja, und? Guck mal, wie ich auch sehe. Du kannst Lena jetzt fragen, die hört dich und du hörst sie. Hallo. Hallo. Hier, Lena, sagt dir der Name Lara, also hier aus der Grundschule, dir noch was? Ja, klar. Ja. Alice, sie kennt mich noch. Ja, du weißt nicht, wenn sie das sagt. Sie hat ja auf Insta geschrieben. Ich hab zu ihr gesagt, ich weiß nicht, ob du das liest. Oh. Weil sie meinte, ja, wir sind ja alle genauso durchgeknallt und so. Und ja, ich war vorsichtig. Warte. Sie wollte unbedingt deine Nummer, aber hab ich gesagt, ist nicht. Warte. Ich weiß, sie hat über Jorjadi geschrieben. Auf Insta. Ich weiß nicht, ich folgte dir. Ach, scheiße. Okay, warte. Ja, weil ich hab nur den einen Instagram-Account von dir. Ja, das war mir klar, dass sie da nicht mehr aktiv ist. Weil, äh, welcher, welcher Mensch ist, äh, lädt vor, wie, was weiß ich, wie vielen Jahren was hoch? Lena, das ist Lena. Aber ist dann, aber trotzdem. Mein letzter Pause ist auch irgendwie zwei Jahre her. Ja, ist so. Soll ich nachgucken? Soll ich nachgucken? Meiner, fast ein Jahr. Ja. Meiner ist fast ein Jahr. Ich weiß gar nicht, wie lange mein letzter Herr ist. Als fast kurze Zeit Probleme. Was? Als fast kurze Zeit Probleme. Nein. Warum kam Lukas zu spät oder kam er einfach zu spät? Sag mal. Nein, er kam einfach zu spät. Okay. Gebt ihn doch. Nee, nee, das ist Leben, das ist, ähm, äh, Verbinden. Okay. Ach, Serverprobleme meinst du? Ich hab heute noch nicht gespielt, keine Ahnung. Also bis gestern ging noch alles. Als ob du dir jetzt Instagram erst runterladen musst. Ich muss mir Instagram immer erst runterladen. Wieso das denn? Scheiße. Weil ich heute, ich, heute Morgen brauchte ich Speicherplatz, weil mein Handy voll war und dann hab ich mir überlegt, hm, welcher schmeiß ich den jetzt mal kurz runter? Ist so Instagram? Okay, hab ich kurz Instagram runtergeschmissen. Ja, du, das ist ja, da, da, da. Aber nur kurz. Ja, seh ich. Also Lena, laut. Ich bin dumm, ja, was willst du? Laut Steam ist, äh, deine Mom drinne, Infasmo. Aber, ja. Er spielt ihrem Mann das auch? Ja, ja. Ja, wir spielen mit ihr zusammen. Ich liebe das. Ja? Ja. Er ist nämlich ein kleiner Schisser. Wer ist ein Schisser? Lukas? Ja, klar. Ja, da stimme ich dir zu. Also, ganz ehrlich. Du bist, mieses, du bist Mistkäme. Was soll ich nur sagen, was du gerade, Lena, er hat dich gerade blöde Fotze genannt. Ja, was? Ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Bist du im Wald? Ja, ich weiß. Der hat vorhin zu mir gesagt, dass ich ein Mistkäfer bin. Lena, du musst mir bitte erklären, wie, deine Intention zu deiner neuen Frisur, die keine ist, so. Ey, der Wasserkocher ist kochend. Lena, bitte, bitte sag's mir. Oder, oder, wolltest du? Du sagst, der Kabel, der Kabel, ja, Mann, was ist schon wieder mit meinen Dings los? Jetzt hol den Wasserkocher. Ja, ich hör dir zu. Äh, nur so. Wolltest du, du wolltest nicht im Leben mit irgendwas abschließen? Nein. Okay, gut. Nur so. Lass den Wasserkocher mal hier stehen. Irgendwas abschließen. Ich meine nur, weil... Okay, vielleicht schon, egal. Okay. Ja, nee, ist ja gut. Aber lass bitte wieder wachsen. Das Foto, ich hab einen Herzinfarkt bekommen. Also, ich muss ehrlich sagen, ich find das cool, dass sie sich das getraut hat, ja? Also, du würdest dich das nicht trauen, Lukas. Du hast offen und ehrlich gesagt, Glatze ist hässlich. Hast du gesagt. Es kommt drauf an, an wem. Ja, jetzt, ja, jetzt so weiter. Ich hab gesagt, es kommt drauf an, an wem. Du willst mir das Bild nicht nochmal zeigen. Nein, will ich auch nicht. Ja, weil du geschockt bist, dein Urgroßvater. Ja, natürlich. Ich meine, ich muss damit ja, ne, ich will Lena jetzt nicht haten, das ist ja... Na, du hattest gerade genug. Mein Vater, was... Oh ja, was hat dein Papa gesagt? Der ist reingekommen, der ist, also, der hat das, der war, weiß ich gar nicht. Also, ich hab ihm das gezeigt. Ja. Und der war nur so, ich weiß gar nicht. Der hat mich irgendwas gefragt. Ja. Ich stand so, ja, nur so. Und dann meinte er, ist okay. Und dann bin ich später auch ins Wohnzimmer gekommen. Und er so, ach du Scheiße, ich hab mir grad gedacht, wer da gerade sitzt, aber es ist ja Lena. Ja, da bin ich wieder akkord. Und kriegt Ben dann immer einen Pertuch. Ich bin ein, 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 wie heißt das, Töter. Meine Oma hat das gerade eben gesehen. Und was hat sie gesagt? Welche? Von deinem Papa oder, oder Hanna? Ja, von meinem Papa. Achso. Die war richtig schockiert. Oh mein Gott. Was hat die zu dir gesagt? Die war richtig am Meckern. Am Meckern? Ja, warum? Es ist doch Winter. Oh mein Gott. Und ich war voll am Lachen. Okay, jetzt ist deine Mom aus Phasmo rausgeflogen oder rausgegangen. Ja, wir warten noch eben. Ja. Wisst ihr was? Ihr könnt so lange quatschen. Ich gehe noch eben aufs Klo. Viel Spaß bei deinem Schiss, Lukas. Hör auf, ich kann nicht scheißen. Ja, dann geh scheißen. Hallo. 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 Kennst du mich wirklich noch? Ja. Krass, hätte ich nicht gedacht. Wie geht's dir? Gut. Das freut mich. Achso. Ja. Das Problem ist, ich habe meine Daten nicht mehr zu draw, Jaddy. Deswegen komme ich nicht mehr rein. Und ich habe jetzt auch keine Lust zu raten. Ich kann das. Ja, ich habe nur noch, weil ich hatte, glaube ich, drei Konten in Instagram, glaube ich. Und eins von denen ist halt mein Haupt. Und Lukas hat halt anscheinend einen von meinen anderen beiden hier gegeben. Was natürlich sehr, äh, staubar. Nee, ich musste selber suchen, Lukas. Da denkst du ehrlich, der gibt mir irgendwas. Noch besser. Warte, meine Mama hat gerade geguckt. Ja. Hörst nicht, ob es liegen hier war? Geht nicht. Geht nicht, okay. Geht nicht. Geht nicht. Okay. Kommt sie nicht ins Spiel? Nein, kommt sie nicht. Mies. Das ist auch Lukas' Laptop. Also von daher. Ach. Ach, Lukas hat seinen Schiss beendet. Sag mal. Big Daddy. Big Daddy? Agnes ist noch nicht da. So. Ich hab dich gefunden, guck mal. Mich? Sag mal. Du perverses Stück. Das ist ja ekelhaft. Pah. Iiii. Oh. Guck mal, ich hab dich gefunden, sagte. Äh, ja. Lena, warten wir noch? Oder meinst du? Ich weiß ja nicht. Nein, meine Mama. Komm. Nichts. Okay. Guck mal, das ist ne Freundin für dich. Ich hab keine meiner Start gemacht, wirklich. Äh, links. Hm? Außen. Ich hab's nicht gespielt. Er hat dich als Freunde. Sie hat's nicht gespielt. Ich weiß. Bitte was? Ja. Ja, danke. Nichts. Ne, na. Hat hier was über mich gesagt? Vielleicht. Oh, ja. Wiegen wir. Okay. Die soll hier keine Gerüchte in die Welt setzen. Alles gut. Okay. Hä? Wir haben uns normal unterhalten. Nein, das meinte ich jetzt nicht. Ihrem Arm kam ja kurz rein. Ach so. Ich dachte, du meintest, ich hätte Gerüchte in die Welt gesetzt. Nein, nicht du. Ich hab ihr nur erzählt, wie dick du bist und weißt du. Ja, du ja auch. Ich bin auch fett. Keine Gerüchte, keine Gerüchte. Das ist alles die Wahrheit. Und durch im Kopf. Warte, ich muss hinzufügen. Und du hast einen Putzfimmel, Lukas. Ich? Einen Putz? Du hast einen Putzfimmel. Ja, es tut mir leid. Einen Putzpimmel. Putzpimmel. Ne, das ist was anderes. Weißt du, die sitzt da. Man darf sie nicht sehen und sie säuft ihren Tee. Guck mal bitte kurz rein. So in die Kamera. Alles gut. Lass sie. In ihrer hässlichen Kapuze. Nee, ich muss die. Digga, ich seh grad das. Ja, Alter, fuck. Ich hab halt Anfang, das erste Mal, als ich gezeigt habe, auch in die Kapuze getragen. Aber nur, weil meine Haare fertig waren. Ja, was war denn das? Und ich fühle mich gerade genauso, nur, dass meine Haare einfach. Ich bin hier hingelaufen, zu Lukas. Ja. Einfach, auf einmal war Weltuntergang. Ja. Ich hörst, mein Regenschirm ist fast weggeflogen. Ich steh da so, scheiße. Dann sah ich aus wie so ein Zottelaffe. Wie ein Mistkäfer. Ich brauch Feuerzeug, warte mal. Lukas, ich glaub, ich hol mir auch Phasmophobie. Ja, weil's geil ist. Du meintest, du hättest ein Gaming-Laptop. Let's go. Ja. Ähm, warte mal, Salz. Ich bin grad überfordert. Äh, Räucherstäbchen. Ich brauch so ein bisschen was. Ähm. Kerze, was spielen wir denn? Tanglewood. Ja, das passt. So, Lena kann's auch rein. Nur weißt du, irgendwie ist mir das so viel so, so, du musst so viel schreiben, so. Also nicht lesen, meine ich. Wo? In Phasmophobie. Ja, das, ja, das kenn ich von früher. Spiele, wo man ... Also irgendwie überfordert mich das so ein bisschen. Guck jetzt mal zu. Ach so, wir warten auf Lena. Ja. Entschuldige. Lena ist weg. Nein, der ist weg. Ach so. Ah. Da ist Lena. Hübsch. Lena ist weg. Hallo. Wieso läuft der so dolly? Ja. Das ist ... Was? Guck mal. Das ist ... Das ist ganz normal. Das ist ... Das ist ganz normal. Ach, ich muss ... Hallo, herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich von dem allem vorher reinschneide. Ja, wen haben wir denn hier? Daniel Smith. Event. 25 Prozent. Smith. 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 Oh, wäre gar kein Salz, keine Räucherstäbchen, gar nicht. Natürlich, ich habe UV und Video. Hä? Ja, wenn du ... Ja, wie nichts tut. Ja, heute ... Heute ist Special-Folge. Ich habe hier nämlich Besuchsitzung von der Inkompetenten. This girl is on fire. This girl is on fire. This girl is on fire. Oh, warte, ich muss nach Fingern drücken. Gib mir ein Zeichen. Ich gucke nach Orbs. Das kann ich. Gib mir ein Zeichen. Äh, du ... Du kannst ... Was ist auf die Kamera mit? Das Headset ist ans Mischpult angeschlossen. Der Geist hört dich. Wenn du jetzt sagst ... Hallo. Gib mir ein ... Hallo. Wenn du sagst, gib mir ein Zeichen, dann hört er das. Genauso wie wenn ich das sage. Geist erschrecke, Lukas. Nein, so funktioniert das nicht. Schade. Oh. Warte. Bitte was? Wo? Redet sie über Dings? Wir spielen über Funk, ja? Was ist Zehn? Hä? Ich verstehe jetzt den Sinn nicht. Ich verstehe jetzt den ... Ja. Ah, Spieldose. Sehr gut. Ich gucke doch gerade nach Orbs. Ich mache etwas oben. Er hat in der Küche was umgeschmissen, ne? Nur mal so. Sag mal, geht's dir gut? Ich bin sehr unkompetent. Ja, in ... Un ... Ja. Man merkt ... Oh. Ja. Man merkt's. Das heißt nämlich inkompetent. Das hat der Knochen und wir haben hier drei und ... Ja, sehr gut. Sag mal, bist du hier, um mich zu mobben? Äh, bin ich hier, um ... Was? Ja, das ist die Frage. Äh, Öb in der Küche! Lena, ich wiederhole, Orbs in der Küche. Ah, ah, warte. Kurz, kurz zusammengefasst. Es ist etwas in der Küche umgeschmissen, du bist weggegangen und hast, guckst dann erst nach den Orbs. Nein, ich habe vorher nach Orbs geguckt, aber du meintest, es wäre Zehn. Geist, mache eine Tür zu. Nein, öffne eine Tür. Geist. Nein. Geist. Nein, halt dich Fresse. Öffne eine Tür. Schmeiß deine Tür um. Ja, genau. Geist, furze ganz laut. Ii. Bah. Oh, du bist ekelhaft. Ja, ich bin gestört, was willst du? Ja, das ist richtig. Ja. Lena, ich habe zu Lukas immer gesagt, dass ich genauso gestört bin wie du. Warte, sag das nochmal. Sie hat uns nicht gehört. Sag das nochmal. Lena. Sie antwortet uns nicht. Ja, würde ich auch nicht, wenn ich sie wäre. Lena. Gefriere. Gefriere, ja, was ist los? Ja. Ich bin konzentriert. Ja, sie ist konzentriert. Siehst du, du kannst dich unter. Siehst du, es geht nicht. Ich bin am Spielen, konzentriert. Ja, sag nochmal, Lara. Jetzt soll ich es doch sagen. Ja, jetzt sag doch. Okay, ich soll sagen, was? Ich habe gesagt, zu Lukas habe ich immer gesagt, so nachdem, was er mir so über dich erzählt hat, dass ich genauso gestört bin wie du. Ja. Nee, das drehst du jetzt gerade völlig um. Nein, ich dreh das gar nicht um. Du drehst das gerade völlig um. Du erzählst immer voll viel von ihr und ich bin immer begeistert. Und dann denke ich mir so, ja, die ist so wie ich. Ich rede gar nicht. Du, ich. Okay. Ja. Ja, wir sind ehrlich, Lukas. Das haben wir doch schon lange gemacht. Ich mache jetzt Box. Bist du hier? Oh, das Spiel hört mich. Bist du hier? Scheiße. Oh, scheiße. Das Spiel hört mich nicht. Wo bist du? Äh, Lena Box hört mich nicht. Ich lege mal hier hin. Bist du hier? Warum habe ich noch meine Videokamera mitgebracht? Schreibe in das Buch. Schreibe in das Buch. Meine Monitore wollten wieder ausgehen. Wie alt bist du? Wie platziere ich jetzt am besten Dots? Bist du ein Kind? Am besten hier irgendwo. Schreibe in das Buch. Bist du ein Kind, Digger? Ja, natürlich, das geht. Der Geist kann ein Kind sein. Das ist possible. Can't possible. Call me. So. Äh, Kamera ist platziert. Ja, ich gucke gerade auf. Ja, ich gucke nochmal nach Fingerabdrücken. Öffne eine Tür. Fingerabdrücke an der Tür. So, zur Garage hin. Äh, Hantu. Ja. Ja, dann hole ich mal Foto wegen Fingerabdruck und so. Zeuge eines Kreisbae-Events und unter von 20%. Wie sie da sitzt und Animal Crossing zockt, ey. Leuchtbaum. Nein. Baumstammesel. So. FAA-Foto. Was ist das? Das ist bestimmt nicht jugendfrei. So ein FAA-Foto. Willst du mal mein FAA-Foto schenken? Zeige dich! Das ist ne geile Anmacher. Zeige dich! Willst du mal mein M-M-M-M-M-Sehen? Meine Huhu. Bist du hier? Meine Huhu. Meine Huhu. Zeige dich! Nein, Fingerabdruck ist schon weg. Scheiße, warte mal. Zeige dich! Öffne eine Tür. Oh. Mein Fingerabdruck ist weg. Zeige dich! Öffne eine Tür. Oh, Menno. Zeige dich! Mach das Licht an. Kannst du mal aufhören so zu schmatzen? Das ist ja ekelhaft. Nein, nein, nicht du, Lena. Jetzt geht das wieder los, ey. Öffne. Zeige dich! Öffne eine Tür. Ja, los. Willkommen bei Wie fuckt man Lukas ab? Ja. Pasmophobie Edition. Zeige dich! Zeige dich! Öffne eine Tür. Willst du mit mir ein Bierchen trinken? Ein Bierchen? Willst du mit mir eine Likorsche trinken? Nee, ich bin eigentlich eher gegen Alkohol. Finger weg von Sachen ohne Alkohol. 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 Ohne Alkohol. Ist es? Fühl ich mich nicht wohnen. Oh, sing doch mal das Lied mit der Figur. Interessierst du dich für den Garten? Ach, jeder. Jede Kilo an meinem Körper. Wie findest du die Rosen? Welche Rosen? Antworte. Ich weiß, von was war das nochmal? Ich weiß es nicht. Ich bin dick, rund und gesund und habe Appetit und liebe jedes neue Fund, was man an mir sieht. Wie geht's weiter? Zeige dich! Das ist ein schönes Lied. Damit identifiziere ich mich auch irgendwie. Wir haben Lukas' Lied gefunden. Ist das denn offizielles Lied? Zeige dich! Mach das Licht aus. Ich will eigentlich nur noch ein Foto von... Ich mach mal wieder Licht aus, hier. Oder soll ich anlassen? Sag mal, ey! Warum? Zeige dich! Ich bin dick, rund und... Geist, zeige dich jetzt endlich, du kleiner Bastard! Wie war das? Dick, rund und gesund? Und habe Appetit und liebe jedes neue Fund, das man an mir sieht. Ich liebe jedes neue Fund, das man an mir sieht. Zeige dich! Dann kommen sie im Hintergrund, zeige dich! Zeige dich! Hat er! Ja! Interaktion, sehr gut! Öffne eine Tür! Ich will ein Foto vom Fingerabdruck. Öffne eine Tür! Der ist doch nicht blöd! Natürlich! Gib mir ein Zeichen! Du bist auch blöd! Öffne eine Tür! Klopfe ans Fenster! Oh, Ficken! Er hat gesprochen! Psch! Sag, du musst ruhig sein! Er hantet! Bist du ruhig? Ich habe dich gesehen! Ich weiß es nicht! Ich wusste nicht, dass du hier im Schrank sitzt! Ich dachte, du wärst draußen! Sie ist einfach Legende! Nein! Der Schrankhocker! 129 Prozent, Junge! Achso! Ja, ich... Ja, spätestens jetzt, ne? Ähm... Foto von ihm! Foto von ihm! Hast du ein Foto vom Geist gemacht? Ja! Tschüss! Sag mal, ist das dein Scheißernst, Alter? So, Geist! Geist und Spieldose! 20 Prozent hat es geschafft! Wir können! Geil, wir sind Profis! Mega! Du kannst nicht reden, wenn der Hantet! Der bringt mich um! Uns, mich, keine Ahnung! Kann er euch töten? Ja, natürlich! Mein Gott, ey! Dick, rund, ungesund! Und wir sitzen im Schrank! Hahahaha! Hahahaha! Katze, oder? Es ist kein Problem! Ihr habt eh nichts ausgegeben! Außer, der eine Kamera! Hä? Ich hab Salz! Räucherstäbchen! Feuerzeug! Videokamera! Alles! Was willst du? Nein, das Cruci-Fix nicht! Ist mir doch egal! Ja, das Cruci-Fix wieder! Was? Keine Sau brauche! Ihr sitzt im Schrank und singt, dass du dick und rund seid! Äh, ist nicht dein Ernst, Alter? Mein Gott, ey! Dick, rund und gesund und ich sitze im Schrank! Hahahaha! Weil ich so Angst habe vor dem Geist! Alter! Ich hab mir gerade eingeschissen gefühlt! Ja, dann darfst du nicht so viel scheißen, Mann! 130 Dollar! Ja, das ist es mir auch wert! Lukas, du bist halt ein Angsthase! Ich hab's verstanden! Lena hat's mir jetzt bestätigt! Ja, das ist kompliziert! Es ist kompliziert? Es ist kompliziert! Es ist kompliziert? Es ist kompliziert! Kompliziert! Ja, es ist kompliziert! Ich bin immer angespannt, das ist das Problem! Ich werde sehr oft ganz schnell zickig! Ach, ich rege mich dann auch immer auf! Ach! Echt? Also, wenn ich so angespannt bin, dann fang ich auch so an, ja! Ja! Lena kennt das auch! Ich weiß nicht, wenn ich mit ihr zocken würde, oder so, wir würden uns die ganze Zeit so anzicken, weil wir voll abgefuckt sind, wegen dem Spiel! Nein, 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 nein! Ich bin wegen Lukas abgefuckt! Weil er immer so, ja, was ist denn hier? Der singt eigentlich normalerweise immer! Immer, ja, wo bist du? Hey! Hey! Donald Brown! Und versteckt sich in Gassheims vor der Haustür! Geht kurz rein! Donald Brown geht wieder raus! Wieder rein! Donald Brown geht wieder raus! Ach so, also, also, tut er gerade so, als ob er unschuldig ist, weil ich hier bin? Genau! Nein! Aha! Aha! Erwischt! Erwischt! Erwischt, du Missgeburt! Erwischt! Seitdem! Weil das Schlimme an Lukas ist, das Schlimme an Lukas ist, nicht, dass er ein Schisser ist, sondern dass er ein Großmaul ist! Oha! Du Großmaul! Du Maultier, Digga! Du Maultier! Du Mistkäfer! Der, der, siehst du, er sagt zu mir Mistkäfer! Weil, was war das jetzt für ein Geist, seid ihr gestorben? Seitdem, nein, wir sind nicht gestorben, seitdem ich mit deiner Mom spiele und auch Solo-Runden mache, ne, also quasi seit dem Rollentausch, ne, ist das nicht mehr so? Ich bin richtig zielorientiert! Hast du Leuchtmoos? Leuchtmoos? Ich hab Leuchtmoos! Ach so, Animal Crossing. Ja, das ist wie Pilz an den Füßen, ne, ich glaub, das muss man wegmachen. Ach, halt die Fresse, nein, Leuchtmoos kannst du teuer verkaufen. Du hast auch Fußpilz, Alter. Ey, ich hab meine Werkbank gefunden. Oh, das muss ich rausschneiden! Ja, du Schwein! Mach mal Fetzer auf! Oh, wir kippen um, wir kippen um! Mach das, mach das auf Kipp! Auf Kipp bitte, sonst fliegt hier alles weg. Boah, du Schwein, Alter! Angenehm. Mäh! Freut mich. Komm, warum steht das Deo da hinten, wenn man's braucht? Guck mal, ich muss dir noch was zeigen. Siehst du diese Ranke da? Da kannst du hochklettern. Ja, weil du arm bist. Du bist arm. Nein, ich hab Geld. Glaubst du, man hat das gehört? Was hat man gehört? Nee, der hat, das, nein, welcher Furz? Ich schneid das raus. Alter, Lara hat einfach gefurzt, Lena! Lena? Sie ist gestorben. Ja, ich glaub auch, ne, sie hört uns nicht, ne? Oha, guck mal, ich hab gezüchtet. Ah, Lena! Nein, Lena! Lena! Warte, vielleicht hört sie mich auch nicht. Lena? Lena? Sie hört uns wahrscheinlich. Warte, Audio-Gerät und so, ne? Alles gut, alles gut. Sehr gut, sehr gut. Hörst du mich? Ich hör dich. Ich dachte, wir dachten, du wärst jetzt gecracked. Nein, das dachtest du. Ich weiß, ich hab's gehört. Ich hab's gehört, ich hab's gehört, alles gut. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Du hast einfach gefurrt. Ja, wir haben hier gerade rumgefurzt. Wir? Ich rülpse immer, also von daher. Okay, da haben wir jetzt jemanden, der rülpst und jemanden, der furzt. Das passt doch. Lukas, was musst du dazu gebrauchen? Lena rülpst immer. Ich hab gerade auch schon gerülpst, ja? Du aber auch. Ja, ja, ich ab und zu. Ja, Lena rülpst immer in meiner Aufnahme. Wir sind alle einfach dumm. Ja, deswegen spielen wir ja. Deswegen furzen wir und rülpsen. Ne, also in der Aufnahme gefurzt habe ich, glaube ich, noch nicht. Das stimmt schon mal so heimlich. Ja, bin ich ehrlich. Aber dann hat man's auch wirklich nicht gehört. Dann sieht man's bestimmt an deinem Gesichtsausdruck so. Ja gut, ich nehm ja viel auch ohne Cam auf, ne? Wegen Let's Play und so. Wir sind für dich. Warten in der Schule. Doch dann bin ich. Du allein und todesmutig liegst jetzt tot und ganz schön blutig. Liegst jetzt tot und ganz schön blutig. Kapuzenwurm. Kapuzenwurm. Wenn du dabei warst, dann war's wie ein Sturm. Kapuzenwurm. Die Emotionen, ja. So, ich guck mal im Bad nach oben. Hör auf zu rauchen. Was willst du, was willst du? Dass ich aufhöre zu rauchen? Weiß ich nicht. Erst wenn ich tot bin. Das kann man einrichten. Ja, alles klar. Alles klar, ich komme. Hier ganz hinten, oder? Box? Nee, das heißt fuck you. Bitte sehr. Fuck you. Nur weil deine Ohren nicht gewaschen sind. Oha. Lass meine Ohren aus dem Spiel. Er hat gesagt, im Schlafzimmer behind you. Ja, manchmal hast du eh nicht zu Hause. Von daher. Ja, das ist immer so eine Ansichtssache, Lena. Das ist jetzt, äh, ja. Schwierig. Zu beurteilen. Wenn du dabei warst, dann war's wie ein Sturm. Kapuzenwurm. Gib mir ein Zeichen. Öffne eine Tür. Klopfe ans Fenster. Also wir haben kein Ohr. Nee, nee, Ohr haben wir nicht. Ja, das, ja. Schneid es. Die ist nicht auf, wieso? Achso. Ja, warte. Hab ich geguckt, da war keiner. Also du kannst gerne gucken. Du kannst gerne gucken. Was? Du Schwein. Du Schwein. Ja, warte, ich platziere wieder die Kamera. So. Kannst du, kannst du von dort aus reingucken? Oder, ja, nee. Öffne eine Tür. Ich lass jetzt mal eben Effe liegen. Der wird schon, der wird alles gut. Ich, ich hole neue Sachen. Äh, der hat gerade... Oh, Totschi. Totschi. Aber welche, welche? Der hat das getatscht. Ja, aber wo? Die hier. Echt? Die hier. Ja, ich hole mal Finger. Na? Die hier? Ja, die hier. Eben der 5? Nee, anscheinend nicht. Kapuzenwurm, 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 wenn du dabei warst, dann war's wie ein Sturm. Kapuzenwurm, Kapuzenwurm. Kapuzenwurm. Äh, es tut mir leid. Guck Community-Song. Wenn das Buch... Ach, Buch. Stimmt, Buch. Gibt's auch noch. So. Lara, du guckst gar nicht zu. Shame on you. Schreib mir das... Ja, bei mir ist es auch langweilig. Sag mal! Ist so. Willst du spielen? Ja. Ja, gut. Dann scheißt du dir gleich richtig ein. Ich helfe dir nicht. Du wirst dich so... Der wird dich so umbringen, ne? Ja, gerne. Dann spielst du mit Lena. Ich glaube, Lara ist, glaube ich, so ein Mensch, die anfängt zu singen mit dem... Äh. Warte mal, wer hat jetzt hier die Gitarre in der Hand? Der Geist. Das war der Geist. Und was hat Lena gesagt? Jetzt habe ich sie nicht gehört durch diese scheiß Gitarre. Wo ist überhaupt die Gitarre? Ich finde die Gitarre nicht. Lena, hast du die Gitarre gehört? Alles gut. Ich bin draußen. Weil hier ist nämlich kein EMF. Achso, ich habe die Gitarre nicht. Die kann man ja auch nicht mitnehmen. Oh, äh. Wer hat Wasser angemacht im Bad? EMF2. Ist er jetzt im Bad? Was kostet Fassmo 12 Euro? 12 Euro, 11,99. Also Stand jetzt, ne? Mal gucken, wie sich das entwickelt. Vielleicht wird das irgendwann mal ein Vollpreistitel. Ich hoffe nicht. Äh. Schreib in das Buch. Meine Mama holt mir das. Meine Mama holt mir das. Fortnite habe ich auch gekauft. Warte, das ist kostenlos. Das macht gar keinen Sinn. Was? Nee, alles gut. Ups. Da kam meine Dummheit mit mir durch. So, ich hole jetzt Fotokamera. Nein! Achso. Und dann Buch wegen Video. Buch wegen Video? Sag mal, was ist los mit mir? Aus EMF ist es wahrscheinlich nicht. Ja, es ist halt auch nur EMF2. Weil der sich gezeigt hat, ist wie auf dem Bier. Ja, dann. Warte, ich will, ich will Foto vom, Foto vom Waschbecken. So, schmutziges Wasser. Hopp. Öffne eine Tür. Hä, bin ich voll? Ah, ich bin voll. Ich bin voll. Ah, ich bin voll. 0,2. Bah! Hier furzt ihr schon wieder. Was? Öffne eine Tür. Tja, was raus muss, ist muss raus. Ja, ii. Alles, was keine Miete zahlt, muss raus. Ja, dann müssen wir aber alle raus. Also wirklich alle. Sogar Lena. Schreibe in das Buch. Ich mach mal Wasser aus. Ah! Finger! 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 Ja. Großes Foto. Hat da. Dieses dumme Miststück. EMF kann es nicht sein, genau. Und Org kann es nicht sein. Dots Buch Gefrier. Ja, äh, Dots stehen. Guck du mal nach Dots. Ich habe zwei Kameras aufgestellt. Mach ich gerade. Ja. Und, äh, Gefrier wäre ich gerade auch umgelaufen. Ich habe auch keinen Atem. Naja. Ne, ne, ich habe, ich habe, stand jetzt auch keinen. Also du kannst ja mit einer Kamera gucken, ob ich Atem habe. Dots, Dots. Alles klar. Phantom. Das ist ein Phantom. Oh, dann sollten wir. Ja, ja, er bewegt jetzt die Türen. Jetzt auf einmal. Okay, ja, dann. Ich weiß nicht, haben wir noch, was haben wir noch für Aufgaben? Äh, Bewegungssensor, Räucherstäbchen. Räucherstäbchen haben. Ja, sehr gut. Äh, ich suche eine Kerze, weil Kerze haben wir nicht und Feuerzeug hast du ja dann dabei. Hier ist eine Kerze. Perfekt. Perfekt, perfekt. So. Kerze steht da. Wenn du Feuerzeug jetzt noch eben auf den Boden schmeißen... Dann wäre das super, weil wegen Kerze und so. Und das ist eine Kerze? Ja, es gibt Kerzen im Haus. Die kann man nutzen. Alles klar. Das hat Nina mir erzählt. Pustet die Kerze aus. Pustet die Kerze aus. Oh ja, ich hab, ich hab Dots gesehen. Ich hab Dots gesehen. Jetzt sind wir aufgepasst. So, Bewegungssensor. Haben wir einen Bewegungssensor? Du bist eine Muschi, Lukas. Ein richtige Muschi. Meine Mama hat gesagt, sie wünscht uns viel Spaß. Ja, das freut mich. Dann grüß dich mal lieb von mir. Kein Bewegungssensor? Nee, hatte ich jetzt auch nicht hinzugefügt. Stimmt. Ja, dann, äh... Dann wär's das, glaub ich, oder? Ich weiß nicht. Was haben wir noch? Kerze? Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Ich hab ganz eindeutig gerade Dots gesehen. Vorhin im Raum. Ja. Aber wenn du sagst, es sind Dots... Ich auch. Lukas, ich muss dir kurz was sagen. Ich war richtig dumm. Weißt du, warum? Ich will nichts... Hör auf. Ich will nicht wieder irgendwas rausschneiden müssen. Nein, das geht nur hier drum. Ach so. Ich hab ja den ganzen Zeit Eisen gesucht, ne? Ich hatte mein ganzes Inventar voll. Ich hab so... Ich bin so dumm. Ich bin einfach dumm. Weißt du, ich... Wer hat mir ins Gehirn geschissen? Ja, weiß ich nicht. Bei meiner Geburt. Das hab ich mich damals auch gefragt. Wieso hast du den rechten Kopfhörer in der linken Seite? Hab ich nicht. Hast du, da steht doch ein R drauf. Ja, äh, geh weg. Ja, weiß ich nicht. Ich mach das immer so. Lukas ist zu blöd, um sich Kopfhörer richtig anzuziehen. Ja, ich benutze dich auch nochmal aber so das Headset. Aber ich hab heute die Ehre. Äh, nee, eigentlich nicht. Alles gut. Ich hab doch die Ehre gerade. Ah! Zehn! Ich hör ihn. Pst, sehr ruhig. Pst. Pst. Okay, ich mach wieder an. Sie hat gehandelt. Ich, äh... Ich hab das Mischpult abgedreht. Also, leise gedreht. Versteckst du? Hast du das Feuerzeug hier liegen gelassen, Lena? Wegen... Achso, ja, du bist da. Ah! Warte, New Event! Ist ein Phantom. Sie ist verschwunden. Geil, so kann man das sehen. Ah, hier liegt jetzt Feuerzeug. Sehr gut. Puste die Kerze... Das waren dort. Puste die Kerze aus. Blase die Kerze aus. Aber blase mir bitte, Körner. Ciao! Ciao! Du hast nur noch 10%, ne? Achso, 15%... Wegen... Let's keep aninformative. Boop! 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 Boopa! Boi! Do TP! Boop! 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 Ey, was ne Runde, ey. Warte, ich bin... Ich bin safe, alles gut, ich komm jetzt raus. Ich nehm mal unsere Sanities ganz schön, ne, und so. Puste die Kerze aus! Alter, scheiß Tür. Ne, die Kerze will er nicht. Frag mich nicht, warum. Ey, war krass, wenn er jetzt eventet, so nenn ich das jetzt einfach mal, wenn man fotografiert ist und es ist ein Phantom, dann verschwindet der. Puste die Kerze aus! Ne, wir sind jetzt nicht mehr im Raum. Der will die Kerze nicht auspusten! Okay, jetzt hat er grad ein bisschen Aktivität. Der hat grad so einen Stock im Arschloch stecken. Ja, da, Dotz, sehr gut. Ne, der will keine Kerze auspusten. Hat der irgendwie keinen Bock drauf. Elena, sag mal, das ist fortgeschritten, ne, oder? Jo, alles klar. Er hat die Kerze ausge... Nein, eben nicht, die Kerze ist ausgegangen, aber es hat nicht funktioniert. Also, es hat nicht gezählt. Er läuft bei den Dotz in... durch die Wand. Das ist ja... Schmeckt der Tee? Das ist der Gute von gut und günstig. Gut und günstig. Ich find's immer noch schade, dass man dich nicht sieht. Aber ich kann's verstehen, irgendwie. Du bist halt auch pottenhässig heute. Junge, ich bin heute einfach nur ein depressives Mistopfer. Ja, ist okay. Wie jeden Tag. Wie jeden Tag ist okay. Darf ich bitte das Fenster wieder schließen? Nein, das stinkt. Hör auf zu furzen. Lena, Kerze hat noch nicht geklappt. Zehn! Zehn! Lauf! Nein, lass das Fenster auf. Es ist kalt, Lukas. Du hast ein Hoodie an. Dann hör auf zu... Dann schlag dich. Ich furze nicht. Dann hör... Ja, dann hör aber auf, wenn ich mich auch zu furzen. Nein, geh weg! Nicht meine Haare! Ge weg! Ich fass sie nicht an. Ich... Hau dich. Ist... Nein, ist noch nicht vorbei. Aber Kerze hat geklappt. Ist vorbei. Kerze hat geklappt, ist vorbei. Komm raus. Aber die Kerze hat geklappt. Die Kerze hat geklappt, ja. Wieso? Also zumindestens laut Anzeigetafel. Die lügt ja nicht. Alter, der ist so doof, ne? Guck dir mal die Dots an. Der läuft ja gegen die Wand, ey. Der ist so dämlich. Ah, ne. Margaret. Margaret Clark? Ach, ich hab Carl gelesen. Ja, wir können, ne? Schön. Ja. Hab ich dir wieder zu spät Bescheid gesagt, das... und so? Ich fahr das witzig, dass du immer noch per Funk... Hä? Achso, ja, weil man soll ja nicht funken, wenn der hantet. Ich wollte halt ihr halt sagen, dass... das Kerze und so. Und dass er noch hantet. Also am Ende hast du ja gar nicht per Funk... Also ein bisschen draufgedrückt. Das hat mich ein bisschen genervt. Aber okay. Ein bisschen. Phantom. 100 Dollar nur? 100 Dollar nur? Ja, ich bin Besseres gewohnt. Ich kann auch noch Abhänger spielen. Weil du einfach schlecht bist. Ich spiele teilweise Profi. Also... Du bist schlecht. Du wolltest spielen. Damals. Willst du spielen? Ja. Echt? Aber dann investiere ich nichts. Weil das ist nicht gut für die Rente. Okay. Ja, natürlich. Deine 14.000, ne? Ja, 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 meine... Steht raus mit dem Becher und nebenan das Porsche. Porsche. Ja, ich weiß nicht, wie wollen wir das jetzt machen? Das weiß ich auch nicht. Ich setze mich hier gerne... Warte, ich nehme... Ja, das ist doof. Das ist sehr doof. Äh, ich... Nein, lass mich noch eben eine Folge... Eine Folge wahrscheinlich. Eine Runde machen und nächste Folge dann. Das passt dann ganz gut. Nächste Folge? Nächste Folge. Da, eine Stunde. So, ihr... Warte, Lena, warte. Jetzt. Aber man sieht mich nicht. Jetzt lass uns erstmal die Folge... Was denn? Ich mag das dann. Ja, ich bin... Ich bin breit. Das ist nur mein... Mein Cutsound. Das sehe ich dann in der Tonspur beim Schneiden und dann kann ich das da rausschneiden. Ja, es ist ein bisschen dumm, aber es ist... Hast du gefurzt? Nein! Das stinkt nach Furz. Du warst das. Ich habe nicht gefurzt, ohne Scheiß. Du warst das. Du bist hier die ganze Zeit am Scheißen. Ich war es nicht. Du darfst nächste Folge spielen. Aber nur unter einer Bedingung. Man wird dich sehen. Das ist halt auch nicht... Okay, dann spiele ich nicht. Es ist nicht zu verhindern, weil du sitzt ja dann hier vor dem Monitor. Wir machen uns dann nochmal einen Testchen Tee. Nee, willst du spielen? So grundsätzlich? So. Ich will wieder Finger und Cam. Das ist deine Kopfkamera, ne Lena? Hä? Das ist deine Kopfkamera. Ja. Ja, dann... Nimmst du die denn? Ja, ne? Oh, wieder 25%. Ähm... Bewegungssensor haben wir wieder nicht und... 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 Und Foto. Ja, okay, gut. Hab ich? Ja, ich hab Video. Lass uns singen. Love. Oh, love. I gotta tell... Äh, viel... Lass uns singen. But you could say, oh, I... Can't go feel without your love. Like a satellite. I'm going to pick you around. You could say, oh, I... Without your love. Lacher. Äh, wo ist der Knochen? Alles klar. Alles klar. Ja, ach ja, da. Ich bin oben. Was... Was hast du noch? My bad habits. My bad habits need to lie, I... Sorry, I know. Conversation... Irgendwas. With a stranger, I barely know. Ich find den Text... War da gerade... Wop. Ne, das war eine Schattierung. My bad habits. Irgendwas. Gieß mich tot. Was hab ich noch dabei? Finger. Öffne eine Tür. Du sollst aufhören zu rauchen. Das hab ich schon mal gesagt. Ich klatsch dir gleich eine. Sehr gut. Ja, dann komm ich jetzt mal runter. Hier oben ist tote Hose. Ja. Radio. Der Spiegel hängt im Wohnzimmer, sagst du? Ach, da. Ja, alles klar. Äh, warte mal. Welches Radio ist das? Oben links. Das ist oben? Echt, das klingt hier unten. Aber ich war oben. Oben war kein Orb. Ja, gut. Muss ja nichts heißen. Ich weiß. Ja, dann... Ne, wie ich zu sagen pflege. Dann ist es einfach kein Orb. Oh, der ist tatsächlich oben. Äh, der hat sich kurz gezeigt. Ja, hab ich gehört. Ich hab das Licht an. Ich bin weg. Ciao. Ciao. Jetzt pisst die sich wieder ein. Wer pinkelt? Der Lena. Jetzt schiss. Keine Orb. Er kann doch nicht an mir. Du hast Schiss. Ja, bitte. Ja. Der Geist hat das Licht angewandt. Ja. Ach, Finger. Finger. Ich heile. Oben links. Oh. Alter, es ist nicht angewandt. Ich komme. Ich komme. Ich nehme die Beine in die Hand, du fette Sau. Ich komme oben links. Seit wann ist denn der Stromkasten an? Aber gut. Ja. Fingerabdrücke am Lichtschalter. Und an der Tür. Äh, ich mache aber mal wieder das Licht aus, weil, ne, wegen Orb und so. Also, im Raum ist kein Orb. Aber ich platziere trotzdem mal eine Kamera. Ähm, ich habe kein Foto dabei. Ey, der zeigt sich ganz schön oft. Warte, Finger hatten wir? Finger lasse ich hier. Nee, werf ist es nicht. Du hast trotzdem hier hin. Ich, äh, ich, äh, ja. Oh, Box. Box. Ähm, Lauf. Nee, Event. Der, die Tür ist offen. Was hat der? Was ist das für ein Geist? Ist das ein Yokai? Der macht voll viel. Ich nehme an Menschen. Ich weiß es nicht. Ja, mach ruhig. Warte, das ist dumm. Ich brauche Dots. Ja, der geht aber nur zu mir. Ach so. Stimmt. Ja, ja, nutzt du die. Ja, Banshee klingt gut. Ich, äh, ich guck mal. Ich geh mal rein, ob der bei mir was macht. Mal gucken. Ich platziere mal Dots. Nachdem ich, äh... Hallo. Bitte, was ist die Banshee? Okay, Banshee ist es noch nicht. Warum nicht? Weil wir... Hatten wir Box? Hat der dir geantwortet? Banshee müsste off sein. Ach so. Ja, okay. Das ist dann... Ich glaube schon. Du hörst nicht ganz sicher. Ich probier's nochmal. Ja, Box, 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 Box. Er hat mir geantwortet. Box, Box, Box. Box, Box, Box. Boxi, Boxi. Ja, Dots ist platziert. Nach Dots kannst du gucken. Buch ist auch platziert. Ich, äh... Ja, ich komm wieder raus. Ich hol neue Sachen. Ach so, ja. Im Laster. Okay. Ja, Strom ist noch an. Ih, hier liegt so eine Wirbelsäule. Ja, ich, äh, ja. Alles gut. Ja, Spiegel habe ich auch fotografiert. Warten, ne? Abwarten und Tee trinken. Das ging schnell. Ich hab gefriert. Ja, wo ist denn... Wo, wo sagtest du, liegt gefriert? Ach, im Van. Ja, alles klar. I'm a Barbie. Girl, in the Barbie world. Life in plastic. It's fantastic. You can brush my hair. Und dress me everywhere. Imagination. Life is your creation. Come on, Barbie. Let's go party. Ah, 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 yeah. Come on, Barbie. Let's go party. Oh, 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 oh. Come on, Barbie. Let's go party. Ah, 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 yeah. Alter, ich gucke jetzt mal nach Minus. 3,9. Warte, warte, warte. You can touch. You can play. You will say. I'm always yours. Ne, also kein Minus. Kein Minus. Stand jetzt. Ich hab auch gar keine Wölkchen. Schreib in das Buch. 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 Oh, 0,3. Aber noch kein Minus. Ich weiß. Ich weiß ja nicht. 0,3. Schreib in das Buch. Das heißt noch gar nichts, Lukas. Ich weiß. Ich weiß. Gerade seit dem Update. 0,2. Oh, ich hab das Gefühl. Schreib in das Buch. Ich hab keine Ahnung, Lukas. Ja, weil es ja noch kein Minus ist, ne? 1,3. Schreib in das Buch. Komm, komm, Barbie. Let's go party. Oh, 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 yeah. Komm, Barbie. Let's go party. Oh, 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 oh. Komm, Barbie. Let's go party. Ah, 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 yeah. Gefrier. Ähm. Lara, leise sein. Bitte. Der Handt. Ich muss mich jetzt verstecken. Ja, ich konnte Gott sei Dank überleben, obwohl ich hier so eine hustende Raucherlunge sitzen hab. Er nennt mich hustende Raucherlunge. Ja, ich, äh, ja, ich, äh, ja. Hustende Raucherlunge. Also, du sagtest ja, ich, aua, hau mich nicht. Ja, hör auf. Barbie. Verpiss dich. Barbie. Hör auf. Hör auf. Lukas sieht aus wie ne Barbie heute. Gar nicht wahr. Letztens im Stream hatte ich Barbie. Ja, äh, Fotopomkein. Nein, ging, ne? Äh. Ich, verklopp dich gleich. Verklopp mich doch, komm. Verklag mich doch. Hatten wir jetzt gefriert? Ja, ne? Du sagst, es gefriert. Ja. Ja, gut. Dann ist es ne Mimik. Und wir haben kein Fake Orb? Oha, das ist selten. Aber gut. Ja, Foto vom Geist. Bewegungssensor. 25%. Ja, bleib du mal drin. Du kannst dich... Du kannst mir nicht einfach an den Haaren ziehen und, und... Ich hab den nicht an den Haaren gezogen. Jetzt finde hier mal nichts beim Namen meiner Mutter. Na, was? Tu ich nicht. Weißt du, das sagt die, die mit ihrem Hoodie da sitzt, sich hässlich fühlt und Animal Crossing auf der Switch zockt. Lena, sag mal was dazu. Nee, ich mach grad keinen Funk. Ich mach grad keinen Funk, weil, ähm, die sitzt im Haus und wenn der dann hantet und... Nein. Der Geist hört das ja über Funk. Spielen wir nur über Funk? Nein, nicht nur, aber wenn wir uns... Ich sag mal, wenn wir uns... Ich versteh das Ganze nicht. Wenn wir uns im Spiel treffen, dann ist es wie in Reel. Dann hört man uns. Wenn du in, was weiß ich, wo hockst? In Afghanistan. Okay, da würde ich sowieso momentan nicht hin. Aber wenn du uns da anrufen wie Funk, dann hörst du mich. Ist doch klar. Oh. Also, jetzt... Push... Also, nicht Push-to-Talk. Lokale Unterhaltung und... Und globale Unterhaltung. Äh, 25 hat geklappt. Ich weiß. Okay. Willst du unbedingt ein Foto von dem, oder wat? Nee, wir haben nur eine Fotokamera. 10! Warum... Warum bleibt sie drin? Oh mein Gott, da ist sie. Ich hab sie gesehen. Es ist eine Omi. Warum... Warum bleibt sie im Van? Äh, ja, genau. Wir haben... Wir haben doch alles. Come on, Barbie. Let's go party. Ah, ah, ah. Yeah. Come on, Barbie. Let's go party. Hu, ha, hu. Hu, ha, hu. Get the Faust, nigger. Ja? Get the Faust. Bam. Das... Jetzt muss ich piepen. Oh. Das muss ich piepen. Das kannst du nicht bringen. Nein. Ich hab das N-Wort gesagt. Ja. Das muss ich piepen. Hey, dann komm, das kommt dann geil. Aber so... Ja, so ein Piep mach ich dann immer, ja. Du hast es nicht gemerkt, oder? Was denn? Dass es vorbei ist? Nein, Lara hat grad was gesagt, was ich piepen muss. Das tut mir leid. Ich habe das N-Wort gesagt. Ja, sie hat ein böses Wort gesagt. Ähm, was soll ich denn gemerkt haben? Dass er nicht mehr hantet? Ich finde das N-Wort aber nicht böse. Ja, das ist Ansichtssache, aber... Ich warte. Nur weil du ein Barbie-Girl bist? Sag mal. Sag mal. Ich verstehe. Lena, was soll ich denn gemerkt haben? Ja, dass es aufgehört hat. Ach so. Ja, mehr oder weniger. Ein Foto vom Geist wollte ich auch nicht machen. Keine Sorge. Ja, wie auch? Ich habe die Fotokamera. Ja. Cool. Naja. Ja, wir haben alles, oder? Sonst... Außer... Sollen wir nicht losfahren? Ja. Oder willst du ein Foto machen? Nein, nein, nein. Wir fahren. Welchen Geist habt ihr ausgewählt? Mimik. Also, wir sind uns sehr sicher. Wir haben Beweise. Ja, dann bist du jetzt nächste Folge dran. Ich freue mich. Ne, man sieht mich, deswegen will ich nicht. Ja, dann sieht man dich halt nicht. Nein. Was? Nein, 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 nein. Ich habe Gefrieratm gesehen. Ich weiß es nicht. Ich habe Gefrieratm gesehen. Boah, Lukas, kannst du mal aufhören zu furzen? Ist das dein Ernst? Nein. Ich wieder, weißt du? Ich habe Gefrieratm gesehen. Ich habe keinen gesehen, aber ich habe jetzt auch nicht explizit nachgeguckt. Poltergeist... Stand Poltergeist überhaupt in den letzten... Ja. Ja. Was wäre das denn? Poltergeist wäre Buch gewesen, oder? Buch. Buch, ja. Aber ich habe dir mehrmals gesagt, dass die ins Buch schreiben soll. Mehrmals. Und ich habe eine Atembrücke gesehen. Ziemlich sicher. Ja, dann war es verbuggt. Keine Ahnung. Ja. Ja, nächste Runde tauschen wir. Und, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss. scal Spence. Fuck. Komm pass.